Macht einen Riesenlärm für Matthias Held! Hallo. Genau, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das ist ganz wichtig zu generalisieren. Eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aber mit westfälischem Migrationshintergrund. Und ich wohne in Lüdenscheid und Sie haben es gerade schon gesagt, da ist ja diese berühmte Brücke kaputt. Nach Süden ist freie Fahrt. Ja, und ich freue mich hier in Frankfurt zu sein, genau. Dankeschön. Der erste Song handelt von Bildungskonzepten, wo es in NRW einige gab. Ich weiß nicht, wie viele es in Hessen gab, aber jedenfalls ist da bei einigen Leuten sicherlich einiges hängen geblieben. Und was das für Folgen hat, erzähle ich im nächsten Song, wo übrigens einige Buchstabierungen vorkommen, muss ich vorweg sagen. Als ich klein war, dachten meine Eltern schon, was wird bildungstechnisch wohl aus unserem Sohn? Damals machten sie mit der Schule alles klar. Und sie hatten keine Ahnung, wie zukunftsweisend das war. Ich muss mich erst mal vorstellen, ich heiße H-O-A-S-T. Mein Hobby ist Wandern, am liebsten im F-O-A-S-T. Mein liebster Brot auf Strich ist W-U-R-S-T. Und ich trinke gern mal einen Pilz gegen den D-U-S-T. Ich hab Schreiben nach Gehör gelernt. Und zwar hab ich das schon als Gür gelernt. Alles, was bei mir zum O-A-R-Ein geht, wandert direkt in die H-A-N-T. Das ist einfach so drin bei mir. Es gibt total Sinn bei mir. Zweifelt bitte nicht an meinem V-E-R-S-C-H-T-A-N-T. Mein Vater war M-A-L-A und L-A-K-I-R-A. Ich würde gern mal Bob fahren, und zwar im F-I-R-A. Doch ich muss ja Geld verdienen. Ich brauch was zum A-N-N-Z-I-N. Wenn ich schwer nachdenken muss, dann raucht er mein G-H-I-E-N. Ich hab Schreiben nach Gehör gelernt. Zwar weiß ich heut nicht, wie man Stör entkernt. Doch das wär auch S-O-N-D-A-B-A. Wozu brauch ich K-A-W-I-J-H? Was mich wundert, und zwar schon als Kind. Dass ich beim Lesen kaum was wiederfind. Drum genieß ich jede Hör-CD. Ohne B-L-A-M-M-A-S-H-E. Ist es nun ein Fluch? Oder ein Segen? Die neue Rechtschreibung kam mir jedenfalls sehr entgegen. O-R-T-O-G-R-A-F-I Behindert mich so gut wie N-I. Weil ich Schreiben nach Gehör lernte. Ich viel Gelächter und Geröhr ernte. Gerade in anderen Regionen wird mich das kaum verschonen. Doch Bildung ist für mich noch nicht passé. Ich lerne jetzt Französisch auf die gleiche A-A-T. Ich schaue mich nicht aufs PLÖ-Po. Nein, ich sorg für mehr N-I-W-O. Das wird sicher kein Malheur. Ich vertraue meinem Gehör. Danke schön für euer Vertrauen. Ganz großartig. Ich bin auch bei Instagram zu finden als Songheld14. Und ich werde auch gleich nachher noch diese handlichen Flyer hier liegen. Das ist das Cover von meiner aktuellen EP Destination. Das ist das Problem.